Hey, wir sind Zemiao und wir bringen dieses Jahr im April unser Album heraus. Um das mit euch zusammen zu feiern, veranstalten wir zwei Events. Einmal am 12.04. in der Blauen Fabrik und einmal am 23.04. in der Group Station Dresden. Warum wir das Ganze zweimal feiern und welche Events wir eingeladen haben und was es sonst noch so für coole Aktionen gibt, das könnt ihr auf unserer Webseite lesen. Wir freuen uns auf euch und wir sehen uns gut. Bis zum nächsten Mal.